Das ist der Wallabot. Er erkennt Rohre, Leitungen und Holz- oder Metallträger in Gipskarton und Betonwänden. Der Wallabot sendet Signale aus und empfängt deren Reflektionen, die dann in für Sie nützliche Informationen übersetzt werden. Setzen Sie den Wallabot auf Ihr Smartphone. Dann können Sie schon Ihre Wände mit einem von drei verschiedenen Modi scannen. Der erste von uns empfohlene Modus ist der PAN-Modus. Im PAN-Modus erhalten Sie eine schnelle Panoramaübersicht darüber, was sich hinter Ihrer Wand befindet. Nun habe ich die Wand gescannt und kann sehen, wo sich meine Träger befinden. Nämlich hier, hier und hier. Der Bild-Modus bietet Ihnen eine klare grafische Darstellung der Objekte, die sich hinter Ihrer Wand befinden. Ich sehe, dass es hier ein Kabel oder ein Rohr gibt. Und siehe da, der Wallabot hat einen Träger gefunden. Um die Mitte des Trägers zu finden, wechseln Sie in den Expert-Modus. Bewegen Sie den Wallabot nur leicht über den Träger und passen Sie bei Bedarf die Intensität an. Der Expert-Modus bietet Ihnen stets einen präzisen Einblick in Ihre Wand. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie Nägel einschlagen und Löcher bohren und wissen dabei genau, was hinter Ihrer Wand ist.